Montevideo 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 Morte Montevideo M.S.E. Magliwika und ein Schiffsfriedhof M.S.E. Magliwika M.S.E. Magliwika M.S.E. Magliwika M.S.E. Magliwika M.S.E. Magliwika M.S.E. Magliwika Mit der Festung, die es hier gab, die Stadt war mit einer Mauer umregt und die Altstadt wurde auf eine kleine Halbwitzel gegründet. Das Zentralgebäude, das ist ein Design von ... Das Theater ist ungefähr 1200 und das Zentralgebäude ist von Mitte des Neunzehnts. Er soll nach der offiziellen Version der Geschichte den Rio de la Plata entdeckt haben, im Jahr 1516, im Jahr 1928 eröffnet. Das ist auch ein Projekt von einem Architekt aus Italien. Das sollte am Anfang ein Hotel werden, aber das ist nie passiert. Nach dem Untertitelung des ZDF, 2020 Das war dicht, der muss das rechnen. Das Stadttor von Montevideo. Die kriegen ungefähr 8 bis 10 Euro am Tag pro Kind. Das ist was wir El Cerro de Montevideo nennen, der Hügel von Montevideo und auch ein Leuchtturm. Das war das erste Leuchtturm, den wir hier an der Küste von Montevideo geblickt haben. Das ist vom Jahr 1804. Das letzte Haus, meiner Meinung nach das schönste, sieht aus wie ein kleines Schlösschen. Das ist jetzt das nächste Haus. Das ist 30 Sekunden. Das ist das richtige Holz. Das ist ja, es ist das wichtig. Das ist ja, es ist das richtige Holzbaud. Das ist ja, es ist hier. Und wenn Sie jetzt, wir werden kurz hier anholfen, Sie können gerne ansteigen zum Fotografieren. Die Vernichtung der Charroa-Indios angefangen, das heißt, dass... ... ... ... Das war's für heute. Wir werden auf der anderen Seite einhalten. Das Parlamentsgebäude. Das ist auch ein Design von ... ... die hier jetzt von der Gang haben. Hier vor unserem Bus, das sind staatliche Krankenhäuser. Und die anderen sind private Krankenhäuser. Wir haben das ... ... oder Parque de los Aliados. Wir sind der Neugeborenen, sind hier zur Welt geschoben. Hospital Pereira Rosel, so heißt es. Wir müssen jetzt im Netz gegen Brasilien wieder spielen. Für die Qualifikationsrunde. Für die nächste Weltmeisterschaft. Sechs sind nicht passiert. Die Eintrittskarten waren sehr teuer gewesen. Wir haben nur knapp 50.000 Zufallspieler. Und das bringt auch viel Gelbentier ins Land. Zum Beispiel dieser Luis Suarez. Der wird jetzt sehr schnell erreicht. Parzellum. Das ist ... Im Winter gibt es ... ... 1910, 1912. Das war mal für Städte Sofitel. Die haben das jetzt an dieser Hotelkette ... Die haben das jetzt für 10 oder 15 Jahre gepastet. Und die haben jetzt mit Geschäft ... ... das ging. Scheiße. Das ist die Hauptstraße dann hier auf der rechten Seite geradeaus. Das ist die Hauptstraße ... ... dass die Leute liegt perfektioniert haben ... ... weil ich hier . ... und ich w gerçekten geprüst. Die sind ... Oh, ich freue mich. Oh, ich freue mich. ... Sie sind einig. Sie sind eine ... ... Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, wir arbeiten hier heute Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Rangefinder oder Zielgerät von der Graf Spee ab und hier Die Graf Spee hat sich selbst verdenkt in der Bucht von Rio de la Plata Der Anker der Graf Spee Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Die Körnchen ist der ZDF, der ZDF ist der ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020